Shakes and Fidget Tagebuch Liebes Tagebuch, weiter geht's mit dem Shakes and Fidget Kundschafter Tagebuch. Heute gibt's wieder mal ein kleines Thema, welches ich bereden werde. Dann hab ich noch eine kleine Ansage und die kleine Projektpause ist nun offiziell zu Ende und es wird, ich sage mit Absicht, mehrmals in der Woche weitergehen. Warum mehrmals in der Woche? Dieses Projekt muss ich ja leider immer in der Happy Hour, sprich von 23 bis 24 Uhr, aufnehmen, hab ich schon ein paar Mal gesagt und man kann nicht jeden Tag genau in dieser Zeit, deshalb will ich das nicht versprechen. Aber gut, ich war in den letzten Wochen irgendwie recht viel fort, mal hier eingeladen, mal dort, dann auf Urlaub, Städtereise, auf der Gamescom und da kommt man nebenbei auch so ein bisschen rum, schaut sich so immer die Stadt natürlich an, wo man gerade ist, zum Beispiel so den Kölner Dom ein bisschen. Ja, irgendwas erledigen die Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und wenn man da mal kurz, und das ist mir eben passiert, jetzt in letzter Zeit dieser Aha-Moment eigentlich, wenn man da mal kurz stehen bleibt, umgeben von Touristen oder Leuten, die sich die Stadt ansehen, das sind ja Touristen, aber auch die vielleicht aus dieser Stadt kommen, jeder hat ein Handy in der Hand, der nächste hier ein Tablet, auf der anderen Seite wieder ein Smartphone, dann eine Digitalkamera, so, der dritte hat eine Spiegelreflexkamera in der Hand und dann gibt es mal einen, der hat einfach gar nichts in der Hand, vielleicht einen Reiseführer. Aber jeder hat doch irgendein digitales Gerät, knipst Fotos, läuft sofort hin, fotografiert sich, lädt das auf Instagram, lädt das auf Facebook, ist ja eigentlich kein Problem, ich habe selbst eine Spiegelreflexkamera und fotografiere sehr gerne damit, da kommt eine Speicherkarte nach der nächsten an die Reihe. Doch wenn man mal so in sich geht und da kurz irgendwo stehen bleibt, auf so einem Platz, wo eben sehr viele Touristen noch sind, ich werde noch kurz etwas zum Gameplay jetzt erzählen, das ist von gestern Abend Sonntag, kurz vor Montag, da war noch Epic Event, nur ich bin noch nicht Level 50, wie auch immer, da rede ich gleich noch drüber, wenn man da mal irgendwo steht und von eben lauter technischen Leuten umgeben ist, die alle irgendein Gerät in der Hand haben und dann geht man mal kurz in sich, hält die Zeit an und zieht sich um. Jeder hat irgendetwas in der Hand und dokumentiert sofort sein Leben und das ist schon irgendwie krass, wenn man das mal so bedenkt. Jeder hat schon irgendetwas oder man sitzt im Restaurant, bekommt irgendwas, was man jetzt vielleicht nicht alle Tage hat, irgendein Gericht aus einem anderen Land, das kennt man vielleicht bei uns gar nicht. So, dann wird das fotografiert, dann Filter, welchen Filter nehmen wir? Vintage, dann haben wir noch diese Filter, Sepia, 5 Minuten vergehen, das Essen wird kalt. Okay, gut, dieser Filter ist gewählt. Noch eine schöne Bildunterschrift, so, 8 Minuten verstreichen. So, Hashtag Essen, Hashtag YOLO, Hashtag Schmeckt Gut, Hashtag Mit der Besten Gerade Essen. Gut, dann noch hochladen, nein, Mist, ich habe gerade kein WLAN. So, schnell nach vorne zur Theke laufen, einen WLAN-Code holen. 12 Minuten sind vergangen, 15 Minuten vergehen, das Bild ist hochgeladen. Gut, und wir können essen. So, das Essen ist aber leider schon kalt, aber Hauptsache ein schönes Bild ist online. Okay, die Geschichte war jetzt wirklich komplett übertrieben und wenn man das nicht so übertreibt, dann geht ja alles. Es kommt immer nur auf die Dosis an, aber ich denke, man merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Ich fotografiere mein Essen auch sehr gerne. Spricht ja gar nichts dagegen. Ich mache schnell einen Schnappschuss irgendwie und entweder verwende ich das dann, um das zu Hause nachzukochen oder um das meinen Freunden zu zeigen. Hey, wenn ihr da hinfahrt, müsst ihr unbedingt das essen. Aber man kann eben diese ganzen Sachen auch übertreiben. Und um sein Leben irgendwie zu dokumentieren, muss man doch erstmal leben. Das heißt, man kann ja gar nicht sagen, oh, dieses Gericht hat jetzt so gut geschmeckt, wenn man irgendwie es nicht genießen kann, weil es ja dann schon kalt ist, wenn man so lange da herumtut und keine Ahnung was. Ja, und das ist mir eben so irgendwie nicht klar geworden. Da gibt es ja nichts, was einem klar werden muss. Aber diese Entwicklung ist schon heftig. Also ich bin mir sicher, wenn man vor 15 Jahren irgendwie auf solchen Plätzen gestanden wäre, wo eben sehr viel Tourismus auch aktiv ist, da hätte man das noch nicht so extrem erlebt. Oder ein Museum. Ich habe auch sehr viele Museen besucht. Das Gute ist ja, in vielen Ländern kann man unter 25 Jahren einfach gratis, ohne Ticket, in jedes Museum. Finde ich ganz cool, dass auch Kulturbanausen wie ich mal was zu sehen bekommen. Naja, und da gibt es Leute, die laufen mit der vorgehaltenen Kamera von Bild zu Bild, von Statue zu Statue. Die schauen sich das nicht mal an. Die gehen einfach nur mit der Kamera hin und fotografieren alles. Alles und jeden bleiben da nicht stehen. Und, ah, okay, wie dieser Künstler das gemacht hat. Oh, und er wurde inspiriert von einer Katze. Oh, das kann man richtig erkennen. Nein, die gehen einfach hin. Foto, knaps, knips, knips, zack, zack, boom. Und zum nächsten. Und alles wird fotografiert und im Schnelldurchlauf einfach nur durchlaufen, bis man am Ende ist und die Speicherkarte ist voll. Also, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich fotografiere selbst gerne und wenn ich irgendwo hingehe in ein Museum, dann schaue ich mir an, okay, das interessiert mich wirklich. Da gehe ich hin und das möchte ich auch dokumentieren. Aber diese Extrembeispiele, die mir eben in letzter Zeit so aufgefallen sind, das ist schon heftig und ich würde auch sagen, naja, gefährlich nicht. Was soll daran gefährlich sein? Aber im Endeffekt kommt man dann nach Hause, hat eine Speicherkarte mit 10.000 Fotos, wo jedes einzelne Bild aus dem Museum drauf ist. Und im Prinzip denkt man sich, was war das? Das habe ich gesehen? Das Bild habe ich geschossen? Das kann doch gar nicht sein irgendwie. Und dann vergisst man mal sein Smartphone zu Hause und wird gleich komplett wahnsinnig und oh mein Gott, und ich kann sofort nicht auf Facebook schauen und wie auch immer. Also, oh, da muss man schon ein bisschen aufpassen, wohin diese Reise führt. Also, Quintessenz dieses Monologs ist, bevor man Fotos von seinem Leben machen kann, muss man auch eigentlich erst mal so richtig leben und nicht einfach nur durch die Städte laufen und zack, 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 knips, 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 ohne überhaupt irgendetwas gesehen zu haben. So, und jetzt möchte ich noch mal schnell hier auch darauf eingehen, was hier in diesem Video passiert. Ich bin leider nicht Level 50, Epic Event, Waffen und Zauberladen. Epics ab Level 50. Ja, und da stand ich vor einer schweren Entscheidung. Wie mache ich das jetzt? Ich wollte noch ein bisschen blättern, ich musste ein bisschen blättern, und zwar für Tränke. Habe ja jetzt ein paar Tage nicht gespielt, das heißt, sowohl mein Drache als auch meine Tränke sind ausgelaufen. Ich finde, es ist aber recht unnötig, wenn man jetzt irgendwie, naja, nach Tränken blättert während einem Epic Event, ohne dass da Epics kommen können. Deshalb dachte ich, ich muss noch irgendwie ganz schnell 50 werden und danach blättere ich erst so richtig nach Tränken. Dann kann auch nebenbei vielleicht mal ein Epic kommen, welches ich mir dann kaufe. So, also habe ich sehr viele Dungeon Versuche hingeblättert, versucht da ein bisschen was zu reißen, um da schneller aufzusteigen. Und vielleicht wird es mir ja gelingen, aktuell Level 49, das könnte sich noch ausgehen. Ja, und genau, weil ich jetzt auch ein paar Tage weg war, beziehungsweise eigentlich einige Tage, und dann kam ein Video, und dann wieder einige Tage, aber ich habe das alles so gesagt auch, dass es eine Pause geben wird, und ich kann noch nicht so genau sagen, wie lange diese dauern wird. Jetzt suche ich übrigens nach Geschick-Items, denn der nächste Gegner ist ein Geschick-Gegner, und da sollte man mindestens Daumen mal Pi so viel Geschick haben wie der Gegner. Okay, und ja, jetzt geht es wie gesagt weiter. Nur die Sache ist immer bei solchen Community-Dingen, wo ich dabei bin, kaum bin ich mal weg, gehen die Leute auch weg oder werden inaktiv. Und eigentlich ist diese Gilde ja, die ich da eröffnet habe, die unfassbaren, dafür gedacht, dass, naja, sich eine eigene Community auch bildet, ohne dass ich da immer nur dabei bin. Und dass diese Gilde praktisch dann auch weiterlebt, wenn dieses Kundschafter-Tagebuch beendet ist. Nochmal kurze Wiederholung, ich habe da alle Pilze reingezahlt, ein paar haben auch ein paar Pilze gespendet, aber das war eben nicht die Vorgabe, und die Gilde soll dann eben auf 50 ausgebaut werden, irgendjemand wird dann Gildenleiter, der gewählt wird, und dann können diese Leute, die sich eben hier hoffentlich zusammengefunden haben, mit den gleichen Interessen und so weiter, auf dem Server weiterspielen. Naja, und wie gesagt, bin ich ein paar Tage weg, sind die meisten inaktiv. Man kann auch zu ihrer Verteidigung sagen, dass natürlich in dieser Zeit kein Gildenangriff stattgefunden hat. Und ja, ich wollte aber keinen Offizier nennen, der das dann übernehmen kann, und wenn ich auf Urlaub bin, habe ich auch keinen Bock, irgendwo weit von zu Hause weg mit der App da reinzuschauen. Ist einfach so. Aber es gibt einen kleinen, netten Befehl, querstrich ACT, also ACT, und da sieht man, muss man im Gildenscheid eingeben, wer wann zuletzt online war. Und den werde ich noch vor dem Video, denn ansonsten lockt sich schnell jeder ein, oh Schilling, ich war noch aktiv, vor dem Video noch schnell eingeben, das durchchecken. Und ich habe schon ein paar Leute gesehen, aber es sind nicht viele wirklich sehr aktiv geblieben, und auch mit Chatten und so weiter. Und ja, dann wird einfach gekickt, und neue Leute haben wieder Platz. So soll es ja auch sein. Mittlerweile bin ich hier jetzt Level 50, und blättere auch im Laden. Das heißt, ich kaufe mir hier ein paar Tränke, aber nicht allzu viele, denn Gold ist ja auch irgendwie begrenzt. Das heißt, wenn dann ein Epic kommen würde, ja, brauche ich auch noch ein bisschen was auf Vorrat, um mir das auch kaufen zu können. Aber irgendwie, das habe ich schon mal gesagt, seit der Tatsache, dass das Epic Event jetzt einmal im Monat kommt, und nicht nur alle zwei Monate, hat es diesen Zauber von mir verloren. Früher war das immer, das war wie Weihnachten. Nur alle zwei Monate, und ich habe immer ein fettes Video dazu gemacht, und jetzt steigen meine Hauptcharaktere nur noch ganz langsam, und einmal im Monat, da lohnt es kaum noch, weil die Items dann gar nicht besser sind, und mein Magier ist noch immer jetzt 305, und die Levelbremse, auch mein Kundschafter ist jetzt in der Levelbremse. Ja, von daher ein bisschen ist dieser Zauber verflogen von mir, vom Epic Event als Level 50, da lohnt es sich eigentlich sowieso gar nicht, denn in fünf Tagen sind diese Epics dann sowieso schon wieder verflogen, aber ich musste eben nach Tränken suchen, von daher dachte ich immer, ja, das kann man beides auf einmal machen, nur, da kommt ja nichts, da kommt nichts, nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schade, aber so ist das Leben nun mal. Man sieht aber auch schon, das war vorher nicht da, rechts angezeigt, hier diese schöne Kiste mit den leuchtenden Epics, also, es ist wirklich so, man muss bis Level 50 warten, außer Glücks-Epics und nutzlosen Epics, kam aber leider nichts, naja, wenigstens noch Level 50 erreicht, das war ja eine feine Sache, ja, und das war es dann, eigentlich auch schon mit dem Video, warum ich hier so schnell herumgeklickt habe, ich weiß gar nicht, ob man da die Quests irgendwie gesehen hat, ich habe wirklich so, schack, 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 zweieinhalb Minuten, im Kopf, und sofort geklickt, aber es war eben nicht mehr so viel Zeit und als ich dann gesehen habe, oh, das könnte heftig werden, noch Level 50, habe ich versucht, einen Zahn zuzulegen, ja, ein neues Ziel habe ich erreicht, keine guten Epics gefunden, achievement unlocked, naja, okay, und damit schließe ich dieses Tagebuch, werde natürlich sofort jetzt ein Foto machen und ein Video machen von allem und das dokumentieren und festhalten und kann mich gar nicht mehr erinnern an dieses Video und so weiter und dann verabschiede ich mich mit dem Zauberspruch des ewigen Lebens und nicht immer alles so ernst nehmen, was ich sage, das ist das das ist das das ist das das ist das Untertitelung des ZDF, 2020